2023 war ein gutes Börsenjahr. Viele Indizes sind jetzt ja schon wieder auf einem neuen Rekord hoch. Und nächstes Jahr soll es dann ja auch wieder Leitzinssenkungen geben von den Notenbanken. Ist 2024 dann also das Jahr, in dem endlich alles wieder gut wird und wo die Börsen dann ungebremst weiter hochgehen können? Oder ist man da vielleicht schon wieder viel zu optimistisch und man muss als Anleger jetzt langsam aufpassen? Herzlich Willkommen! Ich hoffe, Sie haben ein frohes, schönes, besinnliches Weihnachtsfest gehabt. Ich habe mich ein bisschen erkältet die letzten Tage. Kommt davon, wenn man aus dem Haus geht. Aber für Sie gibt es jetzt natürlich trotzdem, wie immer, wie jedes Jahr, den Ausblick aufs neue Börsenjahr 2024. Same procedure as every year. Kennt noch jemand die allwissende Müllhalde? Hat auch was mit Weihnachten zu tun natürlich. Die Müllabfuhr ist jetzt ja wieder schwer beschäftigt. Aber das Besondere an der allwissenden Müllhalde, das war ja, dass sie auf jede Frage eine Antwort gehabt hat und dann aber immer noch ein fröhliches Lied auf den Lippen. Oder Oktopus Paul, die Krake aus Oberhausen. Die hat bei der WM 2010 alle Spiele mit deutscher Beteiligung und auch das Endspiel korrekt prognostiziert. Das waren noch Orakel. Da gab es noch Antworten. Aber beide sind leider nicht mehr unter uns. Und darum, wenn wir heute wissen wollen, wie die Zukunft aussieht, speziell als Anleger, dann sind wir leider doch wieder auf das zurückgeworfen, was zum Beispiel Goldband 6 sagen, was morgen Stanley sagen und wie sie alle heißen. Weil meine Glaskugel hier zum Beispiel, die schweigt mich auch nur noch seit Jahren hämisch an. Wenn ich sowas gewollt hätte, dann hätte ich auch gleich heiraten können. Was sagen uns die Analysten für 2024? Ich habe mir jetzt einiges angeschaut und ich würde sagen, im Großen und Ganzen, ja, sie sind vorsichtig, ganz vorsichtig, optimistisch. Das Durchschnittskursziel für den breiten S&P 500 Index, das ist bei 4.828 Punkten. Das ist auf dem aktuellen Kurs eigentlich nur noch mal ungefähr so 1% obendrauf. Das würde heißen, 2024 passiert eigentlich so gut wie gar nichts. Aber es ist ein deutlicher Unterschied zu den Prognosen von einem Jahr. Damals waren die Analysten viel, viel pessimistischer, vor allem für das erste Halbjahr. Da haben die meisten noch mal mit einem harten Einbruch gerechnet, bevor es danach wieder hochgehen sollte. Und ich habe da ja auch drauf hingewiesen, in meinem Ausblick damals auf das Jahr 2023. Und ich habe aber auch drauf hingewiesen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wenn alle sagen, im ersten Halbjahr geht es runter und im zweiten dann wieder rauf, dass das dann auch wirklich so kommt. Und so war es dann natürlich auch nicht. Im Gegenteil, hier der breite S&P 500 Index, der Ein-Jahres-Chart von TradingView. Wir haben dann einen Anstieg eben gehabt im ersten Halbjahr, der sogar ziemlich stark war. Und die Korrektur war dann erst von Ende Juli bis Oktober. Und die war auch noch halbwegs verschmerzbar eigentlich. Ich selber, ich hätte mit einer stärkeren Korrektur im Jahresverlauf gerechnet, habe ich damals gesagt. Und jetzt die letzten zwei Monate, da dann sogar die sehr starke Jahresendrallye. Von mir korrekt prognostiziert in meinem Video am 6. November. Ich sage das jetzt natürlich vor allem, damit Sie den Eindruck haben, ich habe hier die Weisheit mit Löffeln gefressen und dass von Ihrer Seite her ein Kanalabonnement alternativlos ist. Dabei bitte auch auf die Glocke gehen, weil wir wollen Sie dann sonst Geld verdienen, wenn Sie die Videos nicht dann angezeigt bekommen, solange Sie noch halbwegs aktuell sind. Zum Kanalabo geht es hier unten. Aber wenn man jetzt natürlich hört, wie sich die meisten Analysten wieder mal geirrt haben, da fragt man sich natürlich auch, macht das denn irgendeinen Sinn, dass man sich Gedanken macht, wie es denn an der Börse weitergehen könnte? Oder ist es sinnlos und immer nur der gleiche Kampf gegen Windmühlen, so wie hier bei Don Quixote, einer der ersten prominenten Gegner der Klimapolitik. Kann man hier sehen ja, aber es hat ihm auch nicht viel gebracht. Wir kennen die Zukunft sowieso nicht, also warum schenkt man sich das Ganze nicht einfach? Klar ist, es gibt nicht die eine Wahrheit, so dass man einfach objektiv sagen könnte, es ist so und so und darum werden Aktien jetzt steigen oder fallen, weil wenn man das so sagen könnte, dann würde trotzdem keiner Geld damit verdienen, weil es alle ja schon wissen. Das liegt in der Natur der Sache und das muss einem auch klar sein. Viele Anleger sind dann ja immer wütend, wenn irgendjemand was prognostiziert hat und das kommt dann nicht so. Aber derjenige, der kann von der Sache her trotzdem völlig recht gehabt haben. Nur der Markt, die Mehrheit, der Marktteilnehmer, die hat das dann eben anders gesehen. Es gibt keine objektive Wahrheit an der Börse. Davon muss man sich schon mal verabschieden. Und die Analysten waren pessimistisch vor einem Jahr. Das waren sie auch aus gutem Grund. Trotzdem sind die Börsen gestiegen. Der S&P 500 Index bis jetzt um 24% und der Nasdaq 100 Index sogar um 53% und der Dow Jones Index und der DAX, die haben ja sogar neue Rekordstände auch erreicht. Dabei war es eigentlich ein Übergangsjahr. Zum Beispiel die große Klarheit jetzt, wann Zinssenkungen kommen, die haben wir bis jetzt immer noch nicht. Aber es hat auch Überraschungen gegeben und die größte Überraschung letztes Jahr oder dieses Jahr, wir haben ja noch 2023, das war das immer noch positive, hohe US-Wachstum, trotz der hohen Zinsen. Und das in Kombination aber mit einer Inflation, die weiter zurückgegangen ist. Hier die US-Inflation die letzten 5 Jahre von Trading Economics, jetzt sind wir noch bei 3,1%. Das zusammengenommen hat eben schon gereicht, dass die Anleger gesagt haben, wunderbar, Goldlöckchen-Szenario, alles wird gut, die US-Wirtschaft wird sanft landen, ohne Schaden auf Rosen gebettet. Und das glauben inzwischen auch 63% von den großen Fondsmanagern. Und was die Börsen aber zusätzlich angetrieben hat, meiner Meinung nach, das war, dass die großen Institutionellen am Anfang vom Jahr eben stark unterinvestiert waren. Und die Stimmung war, wie gesagt, mies. Das ist das Sentiment aus der Umfrage der Bank of America unter den großen Institutionellen seit 2001. Ende letztes Jahr war die Stimmung bei denen noch schlechter als nach der Finanzkrise. Und dann ist ihnen aber die Börse davon gelaufen und sie haben der Rally hinterherlaufen müssen, ob sie das gewollt haben oder nicht. Und das haben sie dann eben auch gemacht, wie man sieht. Und die Stimmung ist jetzt zwar immer noch nicht euphorisch, aber sie ist schon deutlich besser. Aber dann passt ja eigentlich alles. Sanfte Landung, eine aufgebesserte Stimmung, Rekordhochs, die Börsen rennen. Dann kann das neue Jahr ja eigentlich nur noch gut werden. Aber vergessen wir nicht, das Softlanding-Szenario ist ja nicht das einzige denkbare Szenario. Es gibt schon länger die Sorge natürlich, dass der Zinsschock, den wir gehabt haben, dass der am Ende eben doch Schaden angerichtet haben könnte. Und eigentlich alles, was sonst so passiert am Markt im Übrigen, das deutet darauf auch hin, dass das Wachstum jetzt sichtbar zurückgeht. Die Zinsen, die plötzlich wieder stark fallen, die Zinskurve, die die ganze Zeit invers war, die Rohstoffpreise auch, die letztes Jahr stark gefallen sind. Und auch Gold ja eigentlich. Dieses Goldrekordhoch vor ein paar Wochen in einer Zeit, in der die Inflation zurückgeht. Und der Leitzins aber immer noch bei 5,25 bis 5,5 Prozent ist. Das macht im Grunde nur dann Sinn, wenn man davon ausgeht, dass die FED die Zinsen demnächst aus irgendeinem Grund stark senkt. Und zwar stärker, als es von der Inflation her gerechtfertigt wäre. Im Moment ist es ja noch nicht so. Außerdem, das US-Wachstum ist zur Zeit nur darum so hoch, weil es von der amerikanischen Regierung natürlich auch unglaublich gestützt worden ist, mit einer riesigen Neuverschuldung von 7,5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Aber davon abgesehen, ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass durch diesen starken Zinsanstieg jetzt nicht doch ein bisschen was kaputt gegangen ist, wirtschaftlich auch über ein bisschen Immobilienkrise, die wir da schon haben, hinaus. Es war bis jetzt immer so in so einer Situation. Am Markt geht man zur Zeit zum Beispiel davon aus, dass der Durchschnittsgewinn der S&P 500 Unternehmen nächstes Jahr um 12 Prozent steigt. Obwohl er dieses Jahr wahrscheinlich nur um 2 Prozent gestiegen ist. Und das ja in einem immer noch guten Umfeld, das nächstes Jahr wahrscheinlich nicht so gut ist. Und das halte ich zum Beispiel persönlich für viel zu optimistisch. Es muss jetzt nicht gleich eine Bruchlandung geben, da bei den Gewinnen, aber die Unternehmensgewinne, die werden nächstes Jahr sehr wahrscheinlich dann doch enttäuschen. Und was noch dazu kommt, eine Bruchlandung, das wäre ja jetzt noch nicht mal das Schlimmste, weil dann könnte man ja wenigstens sagen, okay, dann werden die Notenbanken aber wirklich reagieren, dann gibt es wenigstens Zinssenkungen. Das Schlimmste für die Börsen wäre, wenn der Inflationsrückgang jetzt stecken bleibt oder wenn die Inflation sogar noch mal hochgehen würde, sodass man die Zinsen dann eben eigentlich nicht mehr senken könnte. Das hat man auch gut sehen können. Dieses Jahr ab Juli, da ist die Inflation ja plötzlich nicht mehr gefallen, sondern sie ist wieder gestiegen. Und schon ist der Aktienmarkt gefallen. Und das hat auch erst dann wieder aufgehört, als man Ende Oktober gesehen hat, okay, sie geht ja doch weiter zurück. Dann ging es auch wieder. Hier die Korrektur in dieser Zeit, man sieht ganz klar, in dem Moment, wo die Inflation nicht mehr mitmacht, da hat der Spaß plötzlich ein Loch. Und das Schlimmste von allen Szenarien, das wäre natürlich ein Stagflationsszenario, dass also die Wirtschaft schrumpft, aber dass die Inflation trotzdem nicht weiter zurückgeht. Und genau das preist zum Beispiel da gerade der Goldmarkt ja ein. Ich gehe nicht davon aus zwar, dass es jetzt gleich so kommt, beziehungsweise wenn es doch so kommt, dass es dann erst mal nicht voll sichtbar ist. Und darum bin ich kurzfristig für den Goldpreis auch skeptisch. Es kann aber sein, dass das dann dreht in ein paar Monaten und das Gold dann zum Outperformer wird, weil Gold ist es egal, ob eine Rezession kommt oder nicht. Dazu verweise ich aber auf das Goldvideo, das ich hier gemacht habe vor zwei Wochen. Da können Sie das alles dann zum Goldpreis ausführlicher sehen noch. Die FED. Bis jetzt ist sie ja standhaft. Der Leitzins, wie gesagt, immer noch bei 5,25 bis 5,5 Prozent. Und wenn alles gut läuft jetzt, dann gibt es nächstes Jahr zwar sehr wahrscheinlich wirklich wieder Zinssenkungen, nur wie schnell die kommen und wie viele das sind, das wird vom Markt ja schon die ganze Zeit überschätzt. Und jetzt ist es wieder so. Zum Beispiel bei den FED.plots, da werden die Notenbanker ja selber befragt. Und da wird davon ausgegangen, dass es nächstes Jahr drei Leitzinssenkungen gibt, um jeweils 0,25 Prozent. Also insgesamt um 75 Basispunkte. Aber am Markt, da geht man von Absenkungen aus um 150 Basispunkte. Das ist ein großer Unterschied. Und die Gefahr ist eben hoch, dass die Zinssenkungshoffnungen am Markt wieder mal enttäuscht werden. Und davon abgesehen, es ist ja sowieso ein Irrtum zu glauben, dass die Börsen steigen müssten, zwangsläufig, nur weil die FED die Zinsen senkt. Die Grafik hier ist von Rosenberg Research und Haver Analytics. Ich habe sie von der Seite von Market Watch. Seit 1950 gab es 14 Zinserhöhungszyklen, 11 davon sind in einer Rezession geendet. Und das hier ist der typische Verlauf. Der S&P 500 Index erreicht sein Hoch ein paar Monate nach der letzten Leitzinserhöhung. Und da sind wir jetzt ja auch. Und vor der ersten Senkung. Danach geht es runter. Und das Tief ist erst dann erreicht, Monate nach der letzten Leitzinssenkung. Es muss diesmal nicht wieder so sein natürlich, aber das ist der typische Verlauf. Und nicht, dass die FED die Zinsen jetzt senkt und die Börsen steigen immer weiter. Und es wäre aber alles noch gar nicht mal so schlimm und so das große Problem, wenn nicht alle schon wieder so unglaublich optimistisch wären. Und wenn wir nicht schon wieder auf neuen Rekordständen wären an vielen Börsen. Eine gewisse Unsicherheit ist ja okay an den Börsen, aber eben nicht, wenn schon ein Szenario eingepreist ist, das so gut wie perfekt ist. Das ist der Fear and Greed Index von CNN, ein Stimmungsindikator. Wir betreten das neue Jahr mit einem Sentiment, das schon wieder bei extremer Gier ist. Vor einem Jahr waren wir noch bei Furcht. Das Ganze ist natürlich nur ein kurzfristiger Indikator, aber kurzfristig ist es schon mal nicht besonders gut. Und wie wir vorhin bei den Institutionellen gesehen haben, da ist die Stimmung jetzt zwar noch nicht extrem gut, aber sie ist eben auch da. Bei Weitem nicht mehr so schlecht wie noch vor einem Jahr. Und das heißt, die müssen dem Markt jetzt nicht mehr so stark hinterherlaufen, auch wie nächstes Jahr. Und die Nachfrage von denen wird darum auch den Markt nicht mehr so stark stützen wie letztes Jahr. Nicht mehr in dem Ausmaß. Das ist dann eine mittelfristige Geschichte. Und auf lange Sicht, da bin ich sowieso der Meinung, dass die Anleger grundsätzlich viel zu sorglos sind am Aktienmarkt, dass sie sich nach 15 Jahren Niedrigzinspolitik eigentlich gar nicht mehr vorstellen können, dass die Börsen auch mal ein paar Jahre lang fallen könnten. Das muss natürlich nicht jetzt passieren, aber trotzdem, das ist eine Sorglosigkeit, die wird uns früher oder später mal auf die Füße fallen. Da bin ich mal ziemlich sicher. Sodass ich insgesamt sagen würde, abgesehen jetzt mal von der Chart-Technik und vom kurzfristigen Momentum her, ich sehe 2024 nicht besonders positiv. Ich sehe da keine großartig positiven Impulse mehr. Ich gehe davon aus, es wird ein eher schwieriges Börsenjahr. Und ich würde auch empfehlen, dass man sich eher defensiv positioniert. Dass man nicht voll investiert ist dieses Jahr, dass man in guten Phasen jetzt vielleicht Gewinne mitnimmt. Man kann in den Korrekturphasen dann ja wieder ein bisschen was kaufen auch. Und, dass man Wachstumsaktien abbaut zugunsten von Value-Aktien und von defensiven Aktien. Das hier ist von JP Morgan. Value-Aktien sind relativ zu Wachstumsaktien nachhaltig, nach wie vor sehr günstig. Die Abweichung ist schon seit einiger Zeit so hoch, wie seit 20 Jahren nicht mehr. 20 Jahre kurz vor der Dotcom-Blase. Das heißt nicht, dass Value-Aktien jetzt steigen müssen und Wachstumsaktien jetzt fallen müssen. Aber wenn der Markt insgesamt fallen sollte, dann sind sie mit Value-Aktien wahrscheinlich um einiges besser dran. Für mich ist diese starke Unterbewertung von Value-Aktien relativ zu Wachstumsaktien an sich ein Warnsignal, in der man einfach wieder aufpassen muss von der Marktphase her. Das heißt aber jetzt auch nicht, dass man sich als Anleger komplett jetzt verabschieden sollte aus dem Aktienmarkt. Nur weil man glaubt, das Börsenjahr könnte ja vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Weil es kann natürlich immer auch ganz anders kommen. Und dazu ist man eben Langfrist-Investor, damit man es sich auch leisten kann, dass man vielleicht auch mal nicht recht hat mit seiner Einschätzung. Und auch eine schwierige Marktphase kann ja eine Chance sein. Es ist vielleicht nicht immer leicht als aktiver Anleger. Und das in einer Zeit, wo ja die Glaskugel auch streikt. Ich habe es hier mit schon allem versucht, damit sie wieder zu mir spricht. Mit Beschwörungen, mit Opfern, mit Räucherstäbchen, mit Sidolin streifenfrei, vielleicht haben ja Sie noch irgendeine Idee, wie man sie wieder zum Sprechen bekommen kann. Jedenfalls, natürlich, es ist nicht leicht, wenn man den Markt vielleicht auch mal ein bisschen timen will. Man kann daneben liegen und vielleicht ist das Ganze ja auch wirklich ein sinnloser Kampf gegen Windmühlen. Aber wer ab und zu mal Bilanz zieht und sich Gedanken macht über den Markt, der hat Hypothesen. Und wer Hypothesen hat, der kann die dann testen an der Realität und damit ist er vorbereitet. Und das ist meiner Meinung nach schon die halbe Miete. Es lohnt sich also, wenn man dran bleibt und ich hoffe, auch Sie bleiben dran hier im neuen Jahr an der Börse. Vielleicht sogar ja als neuer Kanalabonnent. Zum Kanalabo, wie gesagt, geht es hier unten. Auf ein erfolgreiches, neues Börsenjahr. Wir sind gewappnet und die Windmühlen, die können sich auch 2024 schon mal warm anziehen. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch und du kommst jetzt wieder in die dunkle, schwarze Kiste. Da kannst du auch mal ein paar strategische Gedanken machen. Alles Gute Ihnen. Wir sehen uns wieder im neuen Jahr. Dankeschön fürs Zuschauen.